Ich hab' voll die Kehle aufgeschlitzt. Au. Hilfe! Klau' mir nicht die Kills. Mach' ich doch liebend gerne. Maschinengewehr-Munition. Ja? Was ist'n Laster? Hier ist'n Sarg. Kannst' zu mir? Bin ich jetzt bei dir? Komm mal hier, hier ist'n Sarg. Ich weiß, da vorne ist auch noch einer. Da wirst' jetzt richtig viel mit Gold zugestopft. Ja. Nein, ehrlich, da kriegst du richtig viel. Wahrscheinlich dafür den anderen nicht mehr. Da ist Maschinengewehr-Munie. Da, da. Okay, gut. Und jetzt komm' nochmal mit. Ja. Ja, ja. Lol. Ups. Was? Alles deine Schuld, ey. Du wolltest die Scheiß-Kiste haben. Ja, ich bin Geldgeil. Ja. Bin ich... Ich hab's so mal um und dann ist da so ein... Eine Kiste! Bei mir auch. Ein Diamant-Torch. Ein Smajakt. Aber du kannst dich mit den Spinnen beschäftigen. Hier ist noch eine Kiste. Ein... Keine Ahnung. Namen die K... Maschinengewehr. Hörst du mal auf damit? Das war ich nicht. Ja, ey. Kaputt. Oh. Oh. Wollte ich hier angesprungen, Alter. Habe ich ne Granate vielleicht? Er lebt noch! Er hat mich ab angezündet. Da ist Maschinengewehr-Munie. Komme Alter Pistole So Lol Wo ist es eigentlich schon hin? Hä? So Da ist richtig viel Muni Alles mit Pistole und Gewehr Gewehr Da ist auch noch was, Splendgranate Nein Ja genau, wir rollen ja Komm zu mir, hier kommen wir uns drehen Hi Andere Seite Oh, wahrscheinlich kriege ich jetzt gerade da die Tür auf, oder? Ja Einfach hin, Jen Augen zu und durch Nein Das Teil trifft mich Hilfe Oh, oh, oh Da ist Maschinengewehr, Muni Wo bist du? Ich komme Hier liegt auch noch Au War reingelaufen Ist halt schlecht Nö Pfff, sehe ich nicht so Maschine Pistole Kann man die abschießen, die Teile? Aha, ich weiß nicht Scheint schon, oder? Ey, die Tür ist wieder zu Ja, ich glaube, es hat gemerkt Wahrscheinlich muss wieder einer dort stehen Nee, wir müssen ja beide drehen Ja, und einer bleibt dann dort stehen Damit es nicht wieder zurück geht Einfach nochmal so ein Spray So was hat man immer mit Äh 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 Lol, wie gehe ich da? Vielleicht müssen wir jetzt laufen Äh, ja 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 Nein Ich schaff's nicht Ich aber Ja Alles, alles durch mich Wahrscheinlich wieder Äh Ist ja unnötig Große Tür Come on, yeah, yeah, come on Yeah Ah Speichern Guck mal, hier ist ein Knopf Wo ist es? Pass auf, jetzt können wir wieder laufen Wo? Oh Nee, ja, und springen Ich Darf, jetzt können wir wieder ganz springen Dempelerun Haha Jetzt bin ich gestorben Oh, bist du schlecht Ich glaube, ich habe auf C oder auf B gedrückt Bist du schlecht Ja, drück auch mal Ja, oder? Achso, ich sollte mal drücken Alles, alles deine Schuld Was ist das, wenn man da außenrum vorbeirennt? Nein, geht nicht F und V Pass auf, am Schluss ist es wieder so, dass wir irgendwie A und D drücken müssen Ja Hoffentlich drücke ich nicht diesmal wieder C Ich bin schneller als du Stimmt nicht Ich habe A und D gedrückt Arschloch Guck, du bist gestorben, du nukes Ja, weil du mir nicht geholfen hast, das war absichtlich von dir Vielleicht musst du A und D ja drücken Ich habe A und D gedrückt Ich auch Achso, abwechselnd vielleicht Und warum fliege ich eigentlich runter, warum nicht du? Muss Purer Sexismus, man Purer Sexismus Die Pros bleiben halt oben Arschloch, er ist gerade gestorben hier Ja, wegen dir, du hast meine Tastatur sabotiert So, ich drücke es A und D Guck Ciao, das war deine Schuld Nein Das war deine Mann Wenn Ja, komm nochmal aus zwei Perspektiven Ja, sie fliegt über dich drüber ohne dich Eigentlich nicht, dass die beide gleichzeitig springen oder Geradeaus Nein, sie muss über dich drüber springen Ja, das ist, ah, ne Ziehen Ich zieh mal Kapust Oh, der Treppe Die Trap, Dieb Nein, nicht die Treppe Dieb Dieb Das, das baue ich in Minecraft mit Redstone nach Mach das mal Das ist, wenn ich das schaff Dann Kriegst du nix Ich will aber n Keks Hab keine mehr Okay Kriegst Hast du gesagt, du musst um 16 Uhr gehen, gell? Ja In 10 Minuten Okay, 13 Ja, dann lass ein bisschen früh aufhören und dann Hast du nicht so einen Stress Ach Ach Musst du in die Schule, oder was? Nee, das ist Ist ähnlich wie Schule, das ist halt konformanten Unterricht Einer voll hast du mir ja schon gesagt Ich hab schon einmal Da hab ich mit dir ja darüber geredet Sitzt man da, wieviel? Anderthalb Stunden, glaub ich So Und wedelt sich einer Ja, alle zusammen Oh, wie viele Wege sind denn hier? Das ist ein Labyrinth Labyrinth Das sieht wohl so aus Ich geh einfach mal hier Gott sei Dank hab ich eine Karte, die mich überhaupt nicht verwirrt Ziel Und auf der andere Seite Yeah, was hast du, was ich gefunden hab? Ein Granatenwerfer Willst du, oder soll ich? Andere Seite Ja Das ist eine andere Seite Ja Ja, lass mich mal rennen Renn Ich hab mir gedacht, das ist so eine Striker Also, keine Ahnung Was, hier hat die Statue hier? Aufblick krieg ich irgendwann nochmal ein volles geile Maschinengewehr Gab's auch gerne einen Granatenwerfer haben Nö, nö Ist kein Maschinengewehr Da leuchtet was Nein, wirklich Doch Ich glaub, das darf man sich nicht aufheben Das darf man sich auch nehmen Doch, 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 klar, klar Weißt du, überall erwarten dich Gegner, ja, aber wenn du hier so ein bisschen so Krach machst, kommt kein Scheißgegner Hm, vielleicht sind die noch am PIN Ja, wenn du schon Ja, toll, die Treppe ist hier zugegangen, hochgang, wo ich Ich außen schon lauf Hey, sexy lady Wo lang Hier Deine Mutter Keine bösen Wörter Das sind doch keine böse Wörter, Papi Da war ich schon drüben Da war ich schon drüben Wieso? Da war ich schon drüben Wieso? Das ist keine Antwort auf meine Frage Da war ein Schatz Wieso war da einer? Wegen dem Spiel Geil Ach so, schade, ich sagte, die Zapp geht nach unten Leuchtet da was? Ah, jawohl Ah, unnötig Wieso? Mehr Geld für uns Da kommen schon welche Wo? Ich hab Zombies gehört Ich nicht Jetzt hör ich welche Und sehen 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 Sehen, sehen Sehen Jetzt sehen du welche Du sehen welche, ich nicht Gleich eins aus dem Aul Geh mal hier hin Guck Ah, bei mir sind die Man Die hat mich aufgespießt Aber ich lebe noch Weil ich bin Na mir Ach so, du kommst Ich hab schon gedacht Die kommst alleine zu Komm ich auch Eigentlich Sowas kannst du nicht, ne? Dann Will ich das auch können? Ja Mein Geld Kleingeld Bam Ich will hier abstechen Oh mein Gott Man Mein Eben Nein Nein Tot auf Totoff Rat Tam 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 rose Tam 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 Loll Arschloch Haha ich hab ihn zuerst auch gestorben da nicht Prozent wenn ich so ich darf ich das so nötig dass man hier jetzt retten wir da runter und da wieder rauf das ist auch nur Zeitverzögerung aber damit man das Spiel in die Länge zieht genau das war ich das Spiel nicht aber das ist diese Statue du bist ich glaub da kommt Geld oder ein Schatz klein Geld wieso machst du aufhören guck mal da ist sogar nur ein Stab ja weil es bei beiden musst du ziehen aber ich hab gedacht da gibt es vielleicht noch was guck mal nach ich hab da blendgranaten Munition gekriegt willst du die haben du sag ich noch eine Statue ach an den beiden dann wahrscheinlich musst du zuerst aufwarte mal kurz ich komm zu dir rüber aber da ist keine andere ich hab den Laser gesehen voll da musst du zu mir wahrscheinlich musst du zuerst zu mir rüber damit da der Stab runterkommt und dann können wir da drüben ziehen hoffentlich ich wollte da ziehen dort sind es ist sofort geht dort gibt es dort gibt hoch das war sich lustig sein ja aber richtig richtig ich habe mal morgen drüber ist er jetzt was rausgekommen immer noch nicht scheinlich gibt es davon zwei Staaten hoffentlich jetzt habe ich ein Ohrwurm wegen dir wieso so nicht aber hier ist noch eine geh mal wieder nach oben geh wieder nach oben sag ich ja ja habe ich doch auch gesagt ich muss ganz doll pissen ja kannst doch gehen spinnen warte mal ich bin weg lol da ist schon wieder eine Spinne in der Fresse ach die sind bei dir ja come on hurry up und ich werde davon spinnen angegriffen es ist mir egal Chris geht bei mir was auf jawoll auch nicht bei mir was gut ist bei dir nicht so ein Haftschluchter zum Wahnsinn 1 zu bieten 1 auf 4 1 ist besser 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 bin ich einer ganz anderen selling check Nein, gib ihn mal weiter. Nachladen. Und links. Links. Oh, eine Statue. Wow. Wer hätte es denn gedacht, dass wir hier wieder eine Statue fangen? Ich nicht. Come on! Chris! Chris, du Nazis. Ja, toll. Wir haben es geschafft. Geil, geil wäre es jetzt, wenn noch Kapitel zu Ende ist. Ja. Ich muss immer noch pisst. Was ist... Ja, ne, das ist halt schon wieder. Das ist alter Polle. Alter. Wir haben das bis Sieb. Anscheinend nicht. Du hast ja gerade immer eine Mine bekommen, oder? Ich habe die nicht aufgehoben. Idiot. Also kein Platz. Schieß auf Ihren Schwanz, Rücken. In Ihren Arnus. Oh, yeah. Schau, dann muss ich es eh. Au. Ja, peitsch mich nur, so geiles Luder. Ich lenke ihn ab. Guck, einmal geschossen und der ist tot. Hallo? Ach, da. Ich komme da nicht raus. Aha. Ich aber. Lauf ich mal vor. Kommst du da nicht raus? Doch, doch. Ich meinte toll. Sehr toll. Lass, dass ich fürs nächste Mal einschalten werde. Was? P.V.P. Gibt. Glaub mir, du wirst nicht lange überleben. Aha. Befeuchte aber stirbst du, Freundchen. Nein. Ich habe eine Magnum. Bist du deppert? Ich habe einen Kanatenwerfer. Ich will euch aus. Kontrolle. Er reicht. Die Preparation, der Romas, komplett. Ja, ja, ja. Wesker. Irwin. Nee, Irwin ist tot. Der ist, dass es nicht die eine da? Das ist gar. Das ist gar nicht so großartig. Das ist gar nicht so großartig. Du hast einen Partner. Mein Freund, Chris Redfield, ist gekommen, um deine Besuchung zu vermitteln. Ich fühle mich Angst? Der Plan ist in seinen letzten Stages und ich werde nicht tolerieren. Vielleicht ist dieser schwarze Vogel die eine Funsen da. Uroboro. Jawoll! So, dann bedanke ich mich wie jedes Mal fürs Zuschauen und ich hoffe ich schalte das nächste Mal an. Tschau Leute! Tschau!